Hallo liebe Geschwister, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit In der Stunde der Wahrheit erfahren wir die Wahrheit aus der Bibel Bevor ich also das Thema anfange, möchte ich mal kurz bitten Herr Jesus, danke für dein Wort, danke für das Licht Danke für alles, was du in unserem Leben tust Herr mein Gott, leg deine Worte in meinen Mund In deinem Namen habe ich gebetet, Amen So, nehmen wir unsere Bibel in Amos Kapitel 3 von Vers 1 bis 3 Ich hatte diesen Vers das letzte Mal in der Arbeit bekommen Und in unserer Versammlung im Hauskreis Haben wir mal so kurz drüber gesprochen Und ich konnte noch mehr verstehen, was Gott uns in dieser Verse sagen will Ab Vers 1, Amos Kapitel 3 Vers 1 Hört dieses Wort, das der Herr über euch redet Ihr Söhne Israel über das ganze Geschlecht, das ich aus dem Land Ägypten heraus geführt habe Nur euch habe ich von allen Geschlechten der Erde erkannt Darum werde ich an euch alle eure Sünden heimsuchen Gehen etwa zwei miteinander, außer wenn sie zusammengekommen sind? Amen Entscheidend ist also diese Frage hier Amos war ein Prophet Gott hat also durch ihn gesprochen Und damit Israel, das Wort Gottes, also empfand Gott sprach zu Israel und sagte Hey, Israel, ich habe euch also aus Ägypten herausgebracht Und ich werde euch also besuchen Und er sagt nur hier Ich habe euch so befreit Aber dann steht da so diese Frage Können überhaupt zwei miteinander gehen, wenn sie nicht zusammengekommen sind? Dieser Begriff, also zusammenkommen hier, bedeutet einfach Wenn sie sich nicht geeinigt haben Oder wenn sie sich nicht verstehen oder einverständlich haben Und die Frage stellt uns auch Gott heute noch Weil Israel hier ist also ungefähr, das ist schon das Bild von den Christen Die Christen wurden auch aus der Welt Die haben also Jesus als Herr angenommen Dann wurden sie also von der Welt rausgenommen Und mit Gott zu gehen Mit Gott zu leben Aber Gott sagt hier, können zwei miteinander gehen, wenn sie sich nicht geeinigt haben? Es funktioniert einfach nicht Wenn wir alle sagen, also dass wir Kinder Gottes sind Dann müssen wir uns also mit Gott einverständigen Das heißt, wir nehmen das Wort Gottes ernst Und dann gehen wir nach dem Wort Gottes Deswegen sagen wir also in dieser Sendung immer Zurück zum Wort, zurück zu Jesus Aber was sehen wir heute? Die Leute laufen ihren Weg Dieser Vers hat also zwei Bedeutungen Die erste Bedeutung ist also Dass man sich also mit Gott einverstehen Dass man Gott, dass man sich also mit Gott einigt Erstmal mit Gott Weil die Frage hier gehen etwa zwei miteinander Außer wenn sie zusammen gekommen sind Oder außer wenn sie sich geeinigt haben Wenn wir uns nicht mit Gott einigen Können wir nicht weiter gehen Wir werden nichts von Gott auch bekommen Also das ist die erste Bedeutung Die erste Bedeutung ist, dass man sich mit Gott einigt In sein Wort Wir, also diese Zusammengehen Hat mich auch Gott gezeigt Hey, Jesus kommt und wird seine Gemeinde holen Diese Gemeinde wird mit Gott gehen Diese Gemeinde wird entdrückt Alle, die mit Gott gehen Sind die, die sich mit Gott geeinigt haben Aber wie kann man sich also mit Gott einigen? Indem man sein Wort einfach annimmt Aber was sehen wir heutzutage? Es gibt falsche Brüder, falsche Christen, falsche Lehre Die die Leute einfach in eine andere Richtung bringen Und nicht mehr das Wort Gottes nehmen Also zwei können zusammen gehen, wenn sie sich nur geeinigt haben Im Neue Bund sieht man also diesen Begriff, also Buße Sogar der Begriff Buße auf Griechisch bedeutet Das ist also homologius, das bedeutet einfach Sich einigen Das heißt also, wenn man Buße tut Da sagt man Gott Hey, mein Gott Ich bin einverstanden, also dass ich in der Sünde lebe Ich bin einverstanden, dass das und das und das Sünde ist Und ich brauche deine Hilfe Also wenn man Buße tut Wenn man zu Gott kommt und Buße tut Man einigt sich mit Gott Man einigt sich also mit Gott Man geht einfach weiter mit Gott Die Bekehrung Also Buße ist einfach das Kern der Bekehrung Wenn man sich bekehrt Dann muss man Buße tun Muss man erkennen, dass man also in der Sünde lebt Dann muss man erkennen, dass Gott, dass Jesus allein der Retter ist Da nimmt man das Wort Gottes ernst Halleluja Also zwei können nicht zusammen gehen, wenn sie sich nicht geeinigt haben Das ist diese erste Bedeutung von diesem Vers Erstmal sich mit Gott einigen Erstmal sich mit Jesus allein einigen Aber was sehen wir also heutzutage Die Leute einigen sich also mit ihrer eigenen Denomination Oder ihrer Konfession Oder ihre sogenannte Religion oder Pastor Der Pastor sagt, es ist so Aber die schauen nicht also, was das Wort Gottes sagt Die einigen sich also mit dem Pastor Statt sich also mit dem Wort Statt sich also mit Gott zu einigen Halleluja Das ist die erste Bedeutung von diesem Vers Können zwei miteinander gehen, wenn sie sich nicht geeinigt haben Die erste Einigung Die sich anverstehen Erstmal mit Jesus allein Deswegen sagen wir also die Leute Zurück zum Wort Zurück zu Jesus Halleluja Halleluja Aber man Was sieht man also heutzutage Man macht, was die Leute sagen Was die Menschen sagen Statt, was das Wort Gottes sagt Das ist die erste Bedeutung Die zweite Bedeutung Hat also mit der Gemeinschaft zu tun Die Geschwister Können sich Also können zwei miteinander gehen Können die Leute Sich versammelt Oder Gemeinschaft haben Wenn sie sich nicht geeinigt haben Diese Einigung Diese Einrichtung Sich einverstehen Hat also mit dem Wort Gottes zu tun Die Bibel sagt Da wo zwei oder drei in meinem Namen sich versammelt Dann bin ich da Sagt Jesus Das heißt, wenn die Leute sich nicht im Namen Jesus treffen Das bedeutet, dass sie sich nicht Die haben sich also geeinigt für was anderes Die haben sich also geeinigt, um Jesus zu erleben Jesus zu folgen Es gibt Leute, die kommen in der Versammlung Weil es schöne Kaffee und Kuchen am Ende der Gemeinschaft gibt Oder Chips oder keine Ahnung Oder es gibt Leute, die kommen, weil die Musik dort so schön ist In der Versammlung In diese sogenannte Gemeinschaft Einige kommen, weil die Leute sich so kleiden, wie sie das dort erwarten Aber hat das also mit Jesus zu tun? Die Leute einigen sich nicht im Wort Gottes Können zwei miteinander gehen, wenn sie sich nicht geeinigt haben So viele Versammlungen, wo die Leute einfach kommen Und die wissen überhaupt nicht, worum es geht Worum geht es überhaupt? Warum haben wir uns also getroffen? Was ist los? Was ist los? Wenn wir uns also treffen Wenn es eine Gemeinschaft gibt Es hat also mit Jesus allein zu tun Aber in dieser Gemeinschaft gibt es also Leute Die sich nicht mit Jesus erstmal geeinigt haben Wenn Leute, wenn zwei sich treffen Und sich nicht geeinigt haben Oder die einigen sich Dass sie irgendwas tun werden Aber für Kinder Gottes Die erste Einigung Alle ersten zusammenkommen Ist also mit Jesus Wenn jeder eine Gemeinschaft mit Jesus hat Sich mit Jesus geeinigt hat Dann kann diese zweite Einigung entstehen Wenn die erste nicht da ist Können wir also die zweite komplett vergessen Die Leute müssen sich erstmal Alle ersten mit Jesus allein einigen Mit Gott allein einigen Einverstehen Durch sein Wort Sein Wort sagt Das ist Sünde Und man nimmt es einfach so Es ist Sünde Sein Wort sagt Das ist die Liebe Und das ist die Liebe Halleluja Und deswegen sagen wir Zurück zum Wort Zurück zu Jesus Zurück zum Wort aus der Bibel Nicht von irgendwelchen Traditionen Nicht von irgendwelchen Leuten Halleluja Warum gibt es so viele Spaltungen Also zwischen uns Spaltungen in der Gemeinde Spaltungen Weil einfach die Leute Sich nicht mehr Im Wort Gottes einigen Jeder versucht Sein Ding zu tun Jeder macht Was er will Aber was sollen wir tun Das Wort Gottes Die Einigung Also das Zusammenkommen Hat also mit Jesus zu tun Wenn du Wenn du irgendwelche Versammlungen Organisiert Oder irgendwelche Sachen Also für dich selber tust Und nicht für Gott Dann gibt es ein Problem Halleluja Wir treffen uns Damit Jesus Verehrlicht wird Und nicht Dass er so ein Mensch Dass er so ein Mann Dass er so eine gewisse Konfession Dass er so eine gewisse Denomination Also verehrlicht wird Nein Es geht erstmal um Jesus allein Zurück zum Wort Zurück zu Jesus Können zwei Sich Können zwei Miteinander Gehen Außer wenn sie Zusammengekommen sind Oder Oder sich Geeinigt haben Das ist also Was diese Was diese Vers Also hier sagt Amos sagt Also das Wort Israel Hey Gott spricht Können wir zusammen gehen Wenn wir uns nicht geeinigt haben Können wir uns versammeln Können Ist Israel Also das Das Volk Gottes Solange Also Israel ist das Volk Gottes Nur wenn Das Wort Gottes Gemacht wird Getan wird Halleluja Und die Christen Heutzutage Kommen zurück Zu Jesus Und nicht unbedingt Was Deine Konfession Die katholische Kirche Sagt Oder die Die Evangelikalen Sagen Die Protestanten Oder keine Ahnung Was sagt Das Wort Gottes Das ist die erste Einigung Wenn man sich Nicht mit Gott Einigt Wenn man Sich nicht Wenn man nicht Also zu Gott Kommt Zusammen mit Gott Kommt Dann kann man Also die zweite Gemeinschaft Vergessen Total Vergessen Was sehen wir In unseren Versammlungen Heutzutage Da kommen Leute Die sind Die sagen Die Die bekennen sich Also als Christ Aber die üben Immer noch Hexerai aus Es gibt Leute Die bekennen sich Also als Christ Aber die leben Immer noch In der Sünde Anstatt Buße zu tun Und es gibt Leute Sogar so Die kämpfen Die sagen Nein Das ist nicht die Sünde Das ist nicht die Sünde Aber das Wort Gottes sagt Hey Es ist Sünde Die versuchen alles Die Sünde irgendwie Zu polieren Damit es so schön Ausschaut Aber Gott sagt Zurück zum Wort Nur so können wir uns Also Können wir uns Also einigen Ich hatte gerade Also vorher gesagt Der Begriff Buße Hat auch mit Sich einigen Zu tun Das heißt Sich Einverstehen Zum Beispiel Okay Gott Homosexualität Ist eine Sünde Ich bin Mit dir Einverstanden Dass es eine Sünde ist Bitte vergib mir Und dann Tut man Buße Man kann doch nicht Also Buße tun Wenn man Mit Gott Nicht einverstanden ist Das Wort Gottes sagt Das ist Sünde Und du bist Nicht einverstanden Wie kannst du Buße tun Also das ist Dieser erste Erste Alle erste Punkt Sich mit Gott Einigen Und zweitens Die Gemeinschaft Mit den Geschwistern Funktioniert Nur Wenn man sich Mit Gott Geeinigt hat Und dann Können wir Also zusammen Gehen Und wir gehen Zusammen Wenn wir uns Auch im Wort Gottes Einverstanden Haben Halleluja Man sieht also In der Bibel Paulus kommt Also in eine Stadt Diese Stadt Also in eine Stadt Und trifft also Die Behör Und diese Leute Hatten Immer das Wort Gottes Das Wort Gottes Überprüft Und die haben Das überprüft Damit Um zu wissen Ob Paulus Die Wahrheit Gesagt hatte Halleluja Aber was sehen wir Heutzutage Solche Gemeinschaften Wo die Leute Die treffen sich Und die wissen Überhaupt nicht Worum es geht Warum Musik ist schön Hip Hop Oder sowas Und 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 Oh Die Leute Kleiden sich also gut Die Stühle Sind so schön Alles so schön Riesige Gebäude Ganz schöne Gebäude Und so weiter Aber Haben sie sich also Mit Jesus geeinigt Haben sie Friede mit Jesus Mit Gott Geschlossen Nein Komm zurück Zu Jesus Vergiss die ganze Die Gemeinde Oder irgendwas Erstmal Sich mit Gott einigen Und wenn du dich also Mit irgendwelchen Geschwistern Triffst Dieses Treffen Soll Im Wort Gottes Getan werden Das Wort Gottes in der Mitte Die Liebe Gottes in der Mitte Und Gott Wird uns Weiterfühlen Danke für Für dieses Wort Danke für die Zeit Und Ich bitte Dass der Herr Uns weiter Und weiter Führt Und ich Leite euch Also noch Auf Auf diese Seite Zurück zum Wort Und Dann werden wir Also weitere Lehre Auf dieser Seite Auf unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit Noch Einspielen Gott segne euch Im Namen Jesus Amen Amen Untertitelung des ZDF für funk, 2017